man sieht sich toll das sagst jetzt zum start der neuen aufnahme man sieht sich jetzt ja vielleicht langsamer beginnen sollen toll danke warum sollte ich wegen dir langsamer weil ich jemals irgendwas gemacht was dir zugute kam noch gar nicht und ernsthaft schon wieder kohle an meine pflanzen verfüttern ihr wollt mich doch so richtig hart lieben nein du sowieso nie dich lass ich gar nicht an meinen heißen geilen stahlkörper ran was für ein stahlkörper naja melvin du gegen mich ok 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 ja wie war es nochmal hier in dem fahrer wieso kann ich die nicht aufsetzen das wirst du dann schon noch sehen melvin ich musste aber noch was machen hier ganz kurz die mutschblume oh mein gott ich habe die ersten grasblöcke rune auf winter rune auf feuer und die zwei komischen diamanten rune auf winter rune auf feuer und diese zwei diamanten so bis das fertig ist melvin melvin hier da die musste ins bubbles muni oben legen wo die kette ist mit der kapitaht warte und die warteあれ bleib stehen kam秒 lo presse sind der minister hast du gemacht das heißt du bist du thema und das sieht so becn ragged und so gehe mir die unternehmen Tanz generos ähnter Och Göttchen. Was ist eigentlich, wenn ich hier noch... Gar nichts. Nichts? Verbiete ich dir. Kann man eine Maske immer verstecken. Jep. Cool. Ich brauche halt noch so eine Feuerblume, das werde ich aber offscreen machen. Und eventuell noch vier von diesen Dingens, Bummens, Gedönsen da. Und gleich habe ich Och, die eine Pflanze die Leafs verbrennt. Und das kommt dann? Ich kann dann Bäume setzen mit Bone Meal oder mit Twirk hochpushen, dass sie wachsen. Die Pflanze baut die Leafs ab, wandelt die in Mana um und ich brauche bloß noch das Holz abernten. Das ist jetzt, da verbrauche ich jetzt nicht wie hier die ganze Zeit Kohleblöcke und muss Angst haben, dass... Okay, die Hälfte davon die spawnen sowieso nach einer Zeit von den Kohleblöcken, aber das Problem habe ich dann bei der anderen Pflanze nicht mehr. Und da ich mitgekriegt habe, dass die Runen alle behalten werden werde ich mir die sogar noch ein paar Mal herstellen. Und dann geht die große Mana Produktion los. Na dann. Und dann fange ich irgendwann mit Blood Magic an. Da sauge ich dir das Blut aus. Brauche ich mein Blut noch? Nö. Doch. Nö. Blut ist wichtig. Nö. Doch, dann zum Leben. Nö. Leben wird überbewertet. Warum bin ich denn noch hier? Weil du geistig gestört bist. Ja, als ich auf dieses Server gekommen bin, ja. Warte mal, nee, da war es ja noch bei Sinn. Ja, es hat so ein bisschen angefangen und dann... So, und das Schöne ist, ich habe keine verkackte Drecksblume bekommen. Oh, okay. Ich schlaue mir eins. So, nee. Das war der Auftakt zur nächsten Rune. Ich brauche zwei Leimdinger, die haben wir hier. Ich brauche zwei rote, die haben wir hier. Und ich brauche ein normal dunkelgrünes, das haben wir da. Ja. Ja, mir ist gleich schon 23 Uhr. Will das mich verarschen? Oh, das wird woanders reingemacht, okay. Aber breitet sich das Gras aus? Ja, du kannst es mit einer Watering Can sogar noch beschleunigen. Ui. Okay. Oh, ich habe da zu viel reingeschmissen. Scheiße. Hä, zwei rote. Zwei davon, eins davon und das. Und ein Seed brauche ich. Oh weh, die Rune verschwindet, ey, dann... Dann gibt es aber Regali. Na du, dann drehe ich durch, weil die war schweineteuer herzustellen. Obwohl ich das ganz... Hier Rune ist weg. Ganz easy neu machen kann. Ja, meine Kohleblöcke sind auch despawned. Läuft. Jetzt kann ich hier aber nochmal alles neu anordnen. Ich hoffe, das war... Ne, das ist weg. Scheiße. Dann stellen wir uns jetzt noch ein paar von den Dingern her. Und zwar zwei Stück. Äh, da unten sind sie. So... Weiß haben wir mehr als genug. Genau. Wir machen mal ein paar mehr. So... Sechs Stück. Dann... Wie ordne ich die an? Das Portal muss ja hier auch noch hin. Das kommt hier hin. Dann werde ich das hier hinsetzen... Ne... Scheiße, ich weiß einfach nie, wo ich das jetzt wirklich hinsetzen soll. Äh... Wo sind meine Steinzäune? Da... Steinzäune... Das hier weg... Das da hin... Das da hin... Das da hin... Das da hin... Das heißt, du bist grad hier Botanien... Ja... Wie viele... Was? Wie viele Runden brauchst du überhaupt? Äh... Wie viele gibt's? Gib doch mal einfach unten ein, add Botanien. Dann siehst du das. Ja... Äh... Das sind ne ganze Menge. Das da hin... Äh... Das da hin... Äh... Analyfik... Aber dem... Ich setz mal... Ja... 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 Die kann man dort gelassen. Äh... Manorspreader... So und so... Dann setzen wir die doch hier weg... Die kommt da hin... Ähm... So, da wollen wir mal gucken, ob das jetzt hier auch wirklich was bringt... Ein Stack Bone Meal... Drei Saplings... Eins... Zwei... 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 Boah... Die Arbeit ist aber hupzuck hier... Hm? Klargrat... Nutzabwesend... Ich war nicht mal unter dem Beben dann... Hä? Warum... Mach die nicht das, was ich will, die blöde Blume? No... Okay. Ok, ja, 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 mhm, mhm, ok, das ist zu weit weg, gut, das ist schon mal gut zu wissen. So, jetzt werde ich wieder meinen Jackpick aufladen. Ich kapiere das mit der Pflanze nicht so ganz. Die sammelt halt jetzt Mana, aber irgendwie, ich raff das nicht. Die ist mir gerade ein bisschen zu hoch, die Pflanze. Ich will jetzt die ganze Zeit Kohleblöcke herstellen. Ah, jetzt macht die Mana. Ah, ja. Ah, ja. Was hast du jetzt schon wieder gemacht? Nix. 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 Ich kann die ersten Deko Sachen machen. Dann mach das. Mach ich. Jetzt heißt es wird Zeit für ein Haus. Ja. Was? Ja. Warum willst du dir hier ein Haus bauen? Ich weiß es nicht. Bist du doof? Ja. Okay. Lass mich doof. Wenn es Deko-Craft gibt. Wo soll ich die ganzen Dinge einstellen? Also. In dein Popo. Nein. Da sind sie. Genau. Genau richtig. Nein. Ich bin gut vorangekommen. Ich werde jetzt noch ein paar Lootbacks öffnen. Aber vorher will ich mir eine Botania Kiste hier herstellen. Habe ich noch eine Gold Kiste? Ja. Sieben Stück sogar. Okay. Warum noch Holz und Leaves absammeln? Das macht mein Vakuum schon. Ja. Wenn der Vakuum Hopper gut steht. Na klar. Dann kann er das auch machen. Ja. Er steht auch ganz gut. So. Das kommt hier rein. Wo kommt es da rein? Habe ich gesagt. Boah Arschloch. So. Dann machen wir uns doch nochmal schnell ein paar Blöcke. Das soll wenigstens noch den Mana Block fertig kriegen. Lootbacks. Ich habe vier gelbe Loot. Oh Leute. Kann ich ja zusammen craften. Was kriege ich dann für einen raus? Gar keinen. So eine Scheiße. Achso. Das reicht noch nicht. Dann können wir mal an die Mob Farm reinglunzen. Die natürlich mal wieder überläuft. Ich habe mir noch nicht geklappt. Ich habe noch nicht geklappt. Oh Gott. Oh Gott. Das kann ich dir mal. Ach du Scheiße. Oh, du Scheiße. Habe ich dafür genug? Ich hoffe, ja. Dann machen wir noch das. Äh... Ja, das ist ein gutes Ergebnis an Rootbacks. Äh... Das ist... Das... Ja... Dann schau ich da noch ein paar... Gelbe her... Ich hab halt hier gerade... Sechs legendary Rootbacks im Inventar. Sechs Stück. Ja... 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 Okay... Ja... 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 Ich komm mal ganz kurz vorbei, ein bisschen Müll abladen, dass du wieder Erde hast. Ja, ich war gerade eigentlich auf dem Weg zu dir, aber ich stell dir das mal dahin. Ja, ich bin sowieso gerade erst mal unten bei der Mobfarm beschäftigt. Naja, kannst dir das später ansehen. Das ist halt ab normal, was hier schon wieder rumkommt. Ich kann mir schon wieder einen grünen Lootback herstellen. Läuft. Und hier schon wieder einen lilanen. Schön. So. Hast du bestimmt irgendeinen Blödsinn gemacht. Ne, ne. So eine Wurst habe ich heute sogar ernsthaft gekauft. Ernsthaft? Ja, meine Kinder wollen wieder den Ehentag halt Nudeln haben. Hm. Da hole ich immer so eine, ja ich sag immer Ringwurst, ja Jagdwurst halt. Ja. Und, ja dann schmeckt meinen Kindern dann. Oh, ich habe einen leuchtenden Chance. Ich habe Mana Perlen gekriegt, also wie ziemlich verarschend. Ich habe die vorhin auch ernsthaft hergestellt. Oh, Manuelin. Oh, Manuelin. Nochmal Manuelin. Und so viele Wizzerköpfe. Ja. Ja. Mach den Tarux auch mal was. Sie gibt sogar einen R2-D2. Warum hast du mir den hergestellt? Dann hätte ich mich mehr gefreut. Freut dich zuerst. Du wirst, äh. Nimm meinen R2-D2, stellst du mir hin. Ey, jetzt, jetzt. Ey, du schreibst immer. Ist mir egal, ich mache das in der nächsten Folge. Äh, ja, das war's. Und wenn ich gefährden bin, dann habe ich wohl jetzt den полезen.